Hallo, mein Name ist Sabine und in den nächsten Videos will ich dir erklären, wie die Photosynthese funktioniert. Damit du verstehst, warum dich deine Lehrer mit Begriffen wie Calvin-Zyklus, NADP und Photophospholierung quälen, gibt's erstmal etwas Allgemeines zur Photosynthese und ihrer Bedeutung für unser Leben. Photosynthese bezeichnet den Prozess, bei dem die Pflanze aus 6 Kohlenstoffdioxid und 6x Wasser, Glucose und 6x Sauerstoff bildet. Die Gleichung, die du hier siehst, ist wirklich wichtig und du musst sie wirklich drauf haben, weil sie in so gut wie jeder Arbeit abgefragt wird. Synthese ist das Fachwort für Bildungsprozess oder Herstellung. Und da die Energie für die Bildung von Glucose aus dem Sonnenlicht stammt, heißt diese Synthese eben Photosynthese. So weit, so gut. Von der Photosynthese hängt das komplette pflanzliche, tierische und menschliche Leben auf dem Planeten Erde ab. Glucose ist der Grundbaustein, aus dem zunächst Stoffe wie z.B. Fruktose, Saccharose, Zellulose und Stärke werden können. In der Weiterverarbeitung entstehen dann so tolle Sachen wie Obst und Gemüse oder Brot. Also ohne Photosynthese gäbe es nichts zu essen und außerdem den nichts zu atmen, denn wo käme der Sauerstoff her und wer würde den CO2-Garten in der Atmosphäre? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.